Hallo Freunde und herzlich Willkommen zurück zu Planet Zoo. In der letzten Folge haben wir hier das Gebäude fertig gebaut, haben uns um unsere Galapagoschildkröten ein bisschen gekümmert und haben ein Leistenkrokodil in die Wildnis entlassen. Doch in dieser Folge werden wir das tun, auf das wir alle gewartet haben. Alter, wir haben 1000 Punkte schon. What the fuck is wrong with me? Okay, in dieser Folge werden wir, wenn ich die richtige Breite unserer Straße wieder herausfinde, die war sicherlich irgendwas mit 8. Jep. Oder wir fahren von wo wir müssen. Nach da ja rein theoretisch. Auch mal schnell Weglöschungstools. Das war nicht mein Ba... Nuala wird bald erwachsen, das kann schon wieder zu Problemen wahrscheinlich führen, ne? Aber so. So. Erstmal darum kümmert, dass hier die Straßen stehen. Wie viel Platz man für sowas hat, das ist der Wahnsinn. Ich hab echt gedacht, dass man irgendwann damit bestimmt strugglen muss, dass der Platz fehlt. Aber ganz ehrlich, ich hab eher das Gefühl, ich werd irgendwann damit strugglen und keine Idee mehr zu haben, wie ich den Zoo weiterbauen soll. Was ich aber jetzt actually auch schon hab. So, weil wir werden jetzt die Straße hier so ziehen, damit wir hier ein paar... Alpha-Status... Oh, Dalschärfe! Wo? Wie alt ist der Alter und wie jung ist der Junge? Das ist unser Alter, bedeutet der Junge... wird freigelassen. Tschüss! Tschüss! Beschäftigung, Spielzeug... Oh! Ihr wollt mich grad verarschen. Ich hab eigentlich was anderes vor. Die Reibe soll schon auch nicht mehr so interessant sein, wie sie mal war. Ähm... Äh, nicht Art, sondern Tierart. Galvestisch... Dalschärfe rein. Dalschärfe rein. Das haben wir schon wieder. Die Reibe sollen sind wohl... Wir haben actually kein Spielzeug mehr für die, oder was? Das ist problematisch jetzt gerade. Aber naja, können wir nichts mit... Oder können wir nichts gegen machen, rein theoretisch. Müssen wir hier schauen, wegen Wasser. Temperatur halten wir ja gut, aber wie schaut das mit der Wassertrückung aus? Oh Gott. Wir müssen hier ungefähr dasselbe machen, wie wir es überall ganz anders gemacht haben. Und das Wasser nach hier oben verlegen. Mit Gelände. Stärke runter reduzieren. Die Größe auch, soweit schon gut. Vielleicht können wir in der Zukunft das Wasser auch dann mal verlegen. Oh. Oh. Doch. Wasser. Das bedeutet, wir werden jetzt hier... ...n bisschen an den Berg rumschrauben müssen, wahrscheinlich. Bisschen abflachen, das Ganze. Das ist halt natürlich aussieht, ne? Hab gerade echt keine Zeit für sowas. Das dürfte jetzt erreichbar sein. Dann würde ich jetzt sagen, gehen wir in den Tierhandel bei uns. Was haben denn die jetzt schon wieder? Niala ist hungrig. Ach, leck mich doch katamarchisch. Äh, Tieraufbewahrung. An Zoo senden. Und den anderen auch ans Zoo senden. So. Das ist auch jetzt im Ursprung. Was ist hier? Was sagen denn die gerade, die ganz was auf Rettung? Techniker rufen. Technikforschung abflossen. Was denn da? Gehege und Imbissstünde. Das hat schon wieder was auf. Nicht schon wieder die da hinten. Ich wollte mich eigentlich gerade darum kümmern. Habe ich gerade irgendwo... Oh, shit. Ich habe gerade hier... Ich könnte mich gerade echt aufregen, ne? So. Wir enden. Ich weiß gar nicht, was für eine Gruppe er meint. Entfernen. Ach, guck mal. Jetzt kommt der erste Eisbär. Ah, schön. Ein Eisbärchen. Das Gelände. Wie viel Quadratmeter Wasser braucht der? Uff. Uff. Ähm. Ja. Ähm. Ähm. Der braucht mehr Fläche. Der Schlimme ist... Der braucht ja auch noch... 2000 Quadratmeter Fläche Wasser. Also rein theoretisch könnte man komplett bis da hinten alles nur für den... Aber... Barriere bearbeiten. Wir machen jetzt hier ein Plus rein. Und schieben das schon mal... Oh, Gott. Das wird eine sehr interessante Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und. Oh Gott, das ist jetzt nicht gerade so prickelnd. 1,91, komm schon. 1,91, okay. Jetzt hängt sogar das Spieleisgefühl. Jetzt denkt sich auch, was macht der Volltrottel gerade? Der Volltrottel versucht gerade herauszufinden, wie er diesen Zaun hier reparieren kann. So. Wir bauen hier noch eine Zwischenstufe. Auf 3,01 Meter hoch mal. Circa auf 3 Meter alles hoch. So. Das wird jetzt eine sehr interessante Sache, weil wir müssen den kompletten Zaun um das Gebiet hier erweitern. Beziehungsweise, wir setzen jetzt hier überall so Stempen ein. Kann ich dich drehen? Scheint nicht so. Das mit den geraden Abschnitten hat er irgendwie nicht so ganz mitbekommen, mein Gefühl, oder? Doch, hat er. Das macht es jetzt hier ein bisschen einfacher. So. So. Die brauchen so viel mehr Fläche. Also dann würde ich das ungefähr bis hier hinziehen. Verschieben. Also Plus. Verschieben. Gehege verschieben. Ja. Das war jetzt nicht unbedingt mein Plan, dass ich irgendwie so ein Gehege versuche zu verschieben, aber... Oh. Kann ich nicht einfach die Wände abreißen teilweise? Scheiße. So. So, jetzt ist das das Gehege. Besser von der Größe? Fläche erfüllt mit 9.000. Jetzt bleibt noch das Problem mit dem Wasser. Und dafür müsste ich hier das abreißen. Weil dann müsste ich hier die komplette Fläche... so eine gewisse Nähe ausheben. Dann... Geländer abflachen mit einer Stärke von... Dann wird es geglättet. Ich glätte jetzt hier das komplette Gelände auf einen Schlag ab, weil ansonsten habe ich echt keinen Plan, wie ich das es schnell kriegen kriege. Also nochmal wieder kleiner. Das war ein bisschen zu viel drücken 50 prozent glätten und jetzt was er hier an gültig den hier kein strom müssten wir hin hierhin ziehen wir weder strom die sind jetzt einrichtungen wasseraufbereitung müsste auf der entfernung eine wasseraufbereitung hinstellen und ein transformer hier brauchen wir noch ein paar wege dahin der kleines so so wenn wir jetzt schauen für strom ist die abdeckung schon ganz ordentlich die schon alle erreicht zu werden dahinten sind dann wahrscheinlich noch 1,2 die nicht erreicht werden äh die schon alle strom zu erhalten oder? das schaut gut aus das wasser schaut auch in dem fall gut aus im hintergrund heult irgendein lebewesen ähm so nein ich wollte wissen wie es hier ausschaut wir haben wir die zeit laufen lassen da müssen wir doch das tier bemerken ach guck mal das sind nicht nur noch 59 was selbst das ist zu wenig ok leute ich würde sagen wir kümmern uns beim nächsten mal da drum weil 2000 quadratmeter wasserfläche herzubekommen ist nicht die einfachste aufgabe wie es scheint die brauchen mehr fläche jetzt geht natürlich scheiße jetzt geht meine oh ne bedeutet das wenn ich jetzt das komplette gehe ich muss irgendwo ich muss das wieder wegnehmen hier hin bauen und das alles wasserfläche dann machen boah für zwei dreckige eisbeeren was soll das denn und der hätte wahrscheinlich nur schnee am liebsten ja schnee und fels ok leute ich würde sagen das machen wir in der nächsten folge ich hoffe euch hat es gefallen wenn ja lasst unbedingt einen daumen nach oben da abonniert wenn ihr noch nicht habt und wir sehen uns in der nächsten folge wieder also bis dann ciao bis dann